So, seid herzlichst gegrüßt. Hoffentlich geht der Ton jetzt. Klappe ist unten, Mikrofon ist unten. Da in der Ecke war der Castellan, da sieht man ihn noch ein bisschen. Also wir sind jetzt hier in dem Irrgarten. Da drüben waren wir schon bei dem Hebel, da muss aber die Kollegin dann ackern. Da ist eine Tür zu, da oben am Turm haben wir den Hebel gezogen, der macht eine Fahne. Jetzt sind wir da rüber geackert und da ist aber noch ein Ding irgendwie, jetzt warte. Da ist noch ein Ding, jetzt warte. Wo, 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 wo ist das Ding? Da oben. Ach so, da komme ich. Muss ich da was abschießen? Ne, da muss ich die Fahne runter machen. Huch, da ist die Kollegin. Wie komme ich denn da rauf? Hä? Da muss ich die Fahne runter machen. Da muss ich da irgendwo die Treppe rauf oder da komme ich hin. Da ist irgendwo eine, warte. Jetzt kommt wieder irgendein Vieh. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Jetzt warte. Da geht es raus. Jetzt warte. Jetzt sind wir hier. Da komme ich nicht rauf. Wie komme ich denn da rauf? Jetzt machen wir mal die Ecke. Jetzt warte. Jetzt machen wir mal die Ecke. Jetzt springt nicht gleich wieder was an. Oh, springt nicht gleich wieder was an. Da hinten muss ich... Jetzt springt ein Hündi. Warte, kann ich da und da was machen? Nee, da ist ein dämlicher Köter. Äh, jetzt müssen wir in die Ecke. Da ist ein Köter. Ah, da sind Köter drin. Warte, ich müsste... Äh, das ist jetzt die Schrotkünfe. Du sollst den umschießen. Das ist so eine Tot-Sorte. Ist da noch ein Köter? Ähm... Jetzt müssen wir die... Ich mach nicht mehr. Pause. Äh, warte. Hinter mir ist nichts. Pause. Und ähm... Hm. Jetzt warte. Soll ich wieder die Pistole nehmen? Jetzt warte. Da können wir das einsammeln. Ähm... Irgendein Hund. Ah Gott. Ähm... Ackermann. Da ist... Köter. Zarte. Aha, jetzt müssen wir zu dem... Ach komm. Hund, der springt aus dem Zaun raus. Jetzt kommt noch einer. Ah, da ist noch einer. Der springt aus dem Zaun raus. Das ist fies. Das soll er nicht machen. Hm. Da ist ein... Irgendwas ackert da schon wieder. Irgendwas ackert da schon wieder. Irgendwas ackert da schon wieder. Ich mag nicht mehr. Ah, da ist wieder eine Treppe. Jetzt warte. Warte. Ich hör schon wieder Drecksköter. Nach wer? Was ist das? Was ist hier? Da ist ein Schatztuhr. Ähm... Die Ecke haben wir jetzt. Jetzt warte. Und... Jetzt weiß ich nicht mehr. Da bin ich hergekommen. Bei dem Brunnen. Ah, und da ist ein Ding. Und bei dem Brunnen kann man nichts machen. Das schaust immer so aus, als könnte man... Jetzt muss ich da hinten. Ich hör schon wieder einen dämlichen Drecksköter. Das ist so eine Scheiße. Scheiße. Das ist so ein Scheißspiel. Die werden jetzt schon wieder tot. Danke. Ähm... Die springen aus dem Nichts plötzlich raus. Das finde ich toll. Das ist so ein... Naja gut. Jetzt muss ich da auf die Leute da raus. Ich hör aber schon wieder Dämliche. Jetzt warte. Jetzt gucken wir schnell nochmal. Was ist das? Ach so. Jetzt können wir das aufmachen. Da sollst du das aufmachen. Jetzt sind wir... Da haben wir eine Abkürzung. Aha. Jetzt warte. Jetzt müssen wir da... Mehr ist jetzt da nicht. Warte. Und da ist nicht die Tür zu. Nee, das gibt es nicht. Jetzt müssen wir da rauf gehen. Ähm... Und jetzt? Ach so. Da ist der Schalter. Und der bleibt unten, oder? Und dann ist es eine zweite Fahne. Und jetzt brauchen wir noch die dritte Fahne. Und die ist... Äh... Da müssen wir jetzt... Der bleibt oben. Der schau. Er speichert. Der bleibt oben. Jetzt brauchen wir noch eine dritte Fahne. Und die ist da... Nee, die ist da oben. Da müssen wir aber... Da muss ich wieder ganz zurück, oder? Oder... Der bleibt. So soll es runter gehen. So, jetzt haben wir... Jetzt müssen wir... Jetzt warte. Auch deswegen haben wir jetzt da die Tür offen. Jetzt müssen wir irgendwie wieder da hin, oder? Jetzt muss die Kollegin das halten, oder? Und dann kann ich da irgendwo rauf gehen. Oder so. Jetzt warte. Jetzt warte. Nee, falsch. Da rum. Jetzt kommt wieder einer. Jetzt muss ich da irgendwo rum. Jetzt warte. Ach so. Ah, die Tür. Jetzt warte. Äh... Da müssen wir... Da ist die Tür. Und da muss die Kollegin den Hebel halten, oder? Und dann kann ich da rauf, oder? Zarte. Jetzt muss die Kollegin den Hebel, dann kann ich da rüber. Beziehungsweise da rauf, oder? Das muss jetzt die Kollegin rechter Stick-Anweisungen geben. Hilf mir hier mal kurz. Moment. Ähm... Und hoffentlich kommt jetzt ein Drecksköter. Dann geht die Tür auf. Jetzt muss ich da rüber. Und hoffentlich kommt jetzt ein Drecksköter. Jetzt kann ich da rauf. Und muss die Kollegin das jetzt noch halten? Vorsichtig! Nee. Und jetzt? Muss jetzt kaputt? Ich sehe nichts. Ah, jetzt kann ich das machen. Und jetzt ist es offen, oder? Und jetzt ist... Jetzt geht's. Jetzt kann die Kollegin auslassen. Jetzt geht... Jetzt kommt der Oberzombie. Endlich raus aus diesem beschissenen Irrgarten. Speichert. Mhm. Mhm. Er hat gespeichert. Jetzt kann ich... Haben wir da noch was? Irgendwo? Nee. Jetzt kann ich wieder runter gehen. Jetzt kommt ein Drecksköter. Kann ich... Ah, nee. Jetzt kommen nicht. Jetzt kommen nicht. Ach du Scheiben. Jetzt muss ich zur... zur... Kollegin... Wo ist denn die Kollegin? Ach, die... Geht weg! Wie komme ich jetzt raus? Hä? Wie komme ich jetzt... raus? Hä? Wollen die Drecks... Wie komme ich denn... Wie komme ich denn da runter? Ashley! Wie komme ich denn da raus? Hey! Wie soll ich denn... Wie komme ich denn da raus? Ich mag nicht... Ich muss von oben... Nein! Ach, da jetzt warte! Du sollst... Ach, ich muss da runter springen. Lass mich in Ruhe! Ähm... Oh, nee! Lass mich runter! Ja, ja! Ah, bitte! Was ist denn? Hilfe! Ach, komm! Leck mich doch einmal! Du solltest fortsetzen! Das ist Dreckspiel! Das ist so ein Dreckspiel! Ah, ich hätte da gleich... Ich mag nicht mehr! Ich hätte da gleich runter springen sollen! Kann ich die ganze Scheiße nochmal machen? Du solltest... Ich muss da gleich... Warte! Wo muss ich runter springen? Äh... Da muss ich runter springen! Jetzt warte! Du sollst das ausschalten! Mei... Ich muss die Dreckskollegen... ...umschießen! Wo ist denn die Drecks... Wo ist denn... Äh... Äh... Ah, jetzt... Warte! Ich kümmere mich um Sie! Jetzt haben wir's! Jetzt haben wir's! Ähm... Jetzt muss ich warten, bis die Vollidioten kommen... Ich mag nicht mehr... Und jetzt? Warte, da drüben liegt noch einer, oder? Ja... Also man hätte da gleich da... Auf der... Da drüben runter springen müssen... Mag nicht mehr... Jetzt warte... Jetzt muss ich das noch ein... Also ich muss nicht, aber jetzt sammle ich die Scheibengleister noch ein... Und jetzt kommt wieder ein Hund! Oh Gott! Ich mag... Jetzt kam... nu... Dräcks... 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 Dr... Dräcks... Ich kotzr nicht! Nu kommt noch ein Dräcks... 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 Dräck... ...däck... Dräcks... ...däck... Dräcks... und jetzt kann ich da könnte ich da raus gehen leck mich haben wir alles da drüben ist noch was das hole ich jetzt auch noch ach das war der eine köter jetzt warte jetzt haben wir alles jetzt gehe ich da wieder zurück jetzt warte jetzt gehe ich da zurück und jetzt geht es da hinten raus und jetzt haben wir alles und dann löff ich das spiel und jetzt können wir da raus gehen jetzt warte gut und dann ist das level zu ende glaube ich oder kaffee pause das machen wir so und dann wir haben alles oder aber ich habe den einträgsschlüssel nicht für die eine scheiß wir haben alles jetzt gehe ich da rauf jetzt kommt noch irgendein bossfight oder ok da ist ein händler da ist ein händler gut dann löschen wir das spiel jetzt ist dann da das spiel zu ende oder wie jetzt warte ich speicher jetzt ach komm da ist wieder händler tipp so und dann da haben wir jetzt irgendeine aufgabe jetzt warte blauen medallions da ist das ding was ist das für eine scheiße ach ich speichere ich mag nicht mehr ich speichere jetzt und dann da auch da ist ein schießstand was ist das da schießstand oder ist das ein schießstand händler schießstand ich speichere jetzt gut ok ich schalte ich speichere zum schalter aus also tschüss bis zum nächsten video